Im Zeithalter von unendlicher Hebelkraft sind es unsere Entscheidungen, nicht unsere Arbeitskraft, die über Erfolg und Versagen entscheidet. Nawal Ravikant Ich bin mir sicher, du hast auch Momente in deinem Leben, in denen du gerne mehr erledigt hättest. Das heißt also, du hast ja eine Liste gemacht mit Dingen, die du erledigen willst. Davon hast du vielleicht zwei, drei Dinge erledigt und das war's dann. Und irgendwann hast du es wieder zur Seite geschoben. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo du verzweifelt warst. Weil du dir gedacht hast, warum kriege ich die Dinge nicht so hin, wie ich sie gerne machen würde? Warum schiebe ich immer alles auf? Warum mache ich nicht, was ich machen will? Und warum mache ich nicht mehr davon? Genau dieses Problem habe ich damals ebenfalls gehabt, als ich gearbeitet habe. Ich habe mir gedacht, wie kann ich mehr Geld verdienen? Und mein Gedanke war, je mehr ich arbeite, umso mehr Geld verdiene ich. Also habe ich als Küchenhilfe gearbeitet, auf dem Bau gearbeitet. Ich habe als Kellner gearbeitet. Ich habe als Taxifahrer gearbeitet, als Lieferant. All diese Dinge habe ich gemacht. Und jedes Mal, wo ich da war, habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich muss einfach nur härter als die anderen arbeiten. Und dann werde ich natürlich auch mehr Geld bekommen. Nur leider funktionierten diese Dinge nicht so einfach, wie ich gedacht hatte. Also habe ich es jedes Mal übertrieben. Ich bin hin und her gerannt, habe mich ständig gestresst, habe mich selber fertig gemacht, habe mich gefragt, wann wird es endlich soweit sein, dass ich mehr Geld verdiene? Wann sieht der Chef, dass ich so gut arbeite und gebe mir eine Gehaltserhöhung? All diese Hoffnungen hatte ich, aber es ist niemals passiert. Also habe ich overpaced. Das heißt also, ich habe viel zu viel reingesteckt und viel zu wenig zurückbekommen. Sodass es an meinen Körper gezerrt hat, an meinen Nerven gezerrt hat und ich an meine Platt war und nichts dafür bekommen habe. Es hatte also nicht funktioniert, weil ich folgendes Prinzip nicht verstanden habe. Stell dir vor, du hast eine Karte, eine Karte von Frankfurt. Das Problem aber ist, du bist in Hannover. Was wird dann passieren? Klar kannst du schneller fahren. Klar kannst du neue Orte besuchen. Klar kannst du dieser Karte folgen. Aber du wirst niemals dort ankommen, wo du hin willst. Und das wird irgendwann, früher oder später dazu führen, dass du endgültig verzweifelst. Warum passiert das? Nicht, weil du zu langsam gefahren bist, sondern weil du die falsche Karte hast. Du hast das falsche mentale Modell. Und genau dieses falsche mentale Modell hatte ich damals auch. Ich habe geglaubt, dass wenn ich nur mehr reinstecke, dass ich auch mehr erreichen kann. Aber wie kann es dann sein, dass ein Jeff Bezos, ein Elon Musk oder sonst wer da draußen, der auch nur 24 Stunden hat, mehr erreicht als du jetzt gerade. Wie ist das möglich? Diese Personen haben einfach die folgende Formel verstanden. Und wenn du diese Formel verstehst, dann wirst du merken, dass du wirklich 10 Mal mehr am Tag schaffen kannst, als du es jetzt tust. Und dass das Leben sehr viel einfacher werden kann. Denn bei den meisten Menschen ist folgendes eingeprägt. Hustle hart. Work hard, get more. Das bedeutet also, arbeite hart, erhalte mehr und hustle die ganze Zeit. Aber hustlen bringt dich nicht nach vorne. Und was sich nach vorne bringt, ist folgendes Modell. Work smart, not hard. Was sich noch weiter voran bringt, ist folgendes Modell. Work smart, then hard. Was bedeutet das? Archimedes hat einmal gesagt, gib mir einen Hebel, der lang genug ist. Und gib mir einen Ankerpunkt, der stark genug ist. Und ich werde die ganze Welt mit einer Hand bewegen. Aber was bedeutet dieser Hebel für dich und deine Effektivität? Es geht um folgende Formel. Und du wirst merken, dass du 10 Mal mehr Geld verdienen kannst, wenn du das verstehst. Dass du 10 Mal mehr Menschen kennenlernen kannst, wenn du das verstehst. Dass du 10 Mal effektiver werden kannst in deinem Training, wenn du das verstehst. Wenn du das begreifst, wirst du merken, dass alles 10 Mal größer wird. Diese Formel lautet Volumen mal Hebel gleicher geht es. Was bedeutet das? Nehmen wir beispielsweise mal das Thema Frauen. Wenn du Frauen da draußen kennenlernen willst, dann gibt es zwei Komponenten. Einmal wie viele Frauen du ansprichst und einmal den Hebel. Aber was ist der Hebel? Ich sehe viel zu oft, dass Männer da draußen versuchen, neue Menschen kennenzulernen, aber aussehen, als wären sie gerade aus einem Altkleidercontainer gekommen. Und zu riechen, als wären sie gerade vom Sport gekommen. Automatisch ist dein Hebel sehr schwach. Das bedeutet also, selbst wenn du 100 Frauen ansprechen solltest, aber du einen Hebel von 0,001 hast, wirst du keine Frau kennenlernen. Wenn du jetzt aber einen Hebel von 5 hättest, Das bedeutet also, ziehst du schicke Klamotten an, du bist durchtrainiert, du hast einen schönen Duft und du hast gelernt, wie man ordentlich spricht. Und wenn du dir dazu noch angewöhnen würdest, jede einzelne Frau, die du kennenlernst, danach zu fragen, welche Kontakte sie noch hat, um diese Frauen kennenzulernen, würdest du einen Hebel verfünffachen und würdest statt 100 Frauen 500 Frauen kennenlernen. Genauso auch im Business. Stell dir vor, du kriegst regelmäßig neue Mitarbeiter. Und du musst jedem Mitarbeiter immer wieder alles erneut erklären. Was wäre jetzt aber, wenn du plötzlich einen Kurs erstellst, wo du genau alles erklärst, ohne dass du selber deine Energie einsetzen musst? Nun könntest du unendlich viele Mitarbeiter einstellen, die sehr schnell lernen, was sie lernen müssen, ohne dass du ständig da sein musst, zur Verfügung sein musst. Oder du hast Kunden, zu denen du täglich hinfahren musst, weil du ein Personal Trainer bist. Und was passiert nun? Du musst jeden Einzelnen betreuen. Und irgendwann bist du ausgebrannt. Aber was, wenn du regelmäßige Calls mit all deinen Kunden zusammen machst? Automatisch reduzierst du deine Stunden und bist effektiver in dem, was du tust. Und was geschieht nun? Dein Hebel ist viel höher. Du erhältst viel mehr Ergebnisse. Und heutzutage ist es so, dass es viel mehr darum geht, effektive Entscheidungen zu treffen. Wenn du also an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du dich fragst, wie du mehr erreichen könntest, geht es vor allem darum, dass du dich nicht fragst, wie du mehr machen kannst, sondern wie du es machen solltest. Beispielsweise kannst du dir alles selber beibringen, alles selber lernen. Oder du holst dir einen Mentor, Coach oder ein Buch. Oder du holst dir beispielsweise einen Kurs, um diese Dinge zu lernen. Automatisch hast du das Ganze gehebelt. Wenn du beispielsweise im Training besser werden willst, kannst du die ganze Zeit trainieren wie verrückt. Du kannst den besten Trainingsplan haben. Aber wenn deine Ernährung nicht stimmt, nicht gehebelt ist, dann wirst du nicht so einen Effekt haben. Wenn du dann deine Ernährung umstellst und das Ganze um das Zehnfache maximierst, wirst du merken, dass du um ein Vielfaches schneller fit sein wirst, durchtrainiert sein wirst. Das bedeutet also, was für Hebel kannst du in deinem Leben ansetzen? Was kannst du jetzt tun, um wirklich effektiver in deinem Leben zu werden? Das ist die Frage, die du dir stellen sollst, bevor du etwas tust. Denn du kannst dir das Ganze so vorstellen, du hast ein Ziel und du hast ein Geschoss. Aber wenn du in die falsche Richtung zielst, ist es egal, wie schnell du schießt. Es geht vor allem erstmal darum, auf die richtige Position zu kommen und dann erst zu schießen. Und wenn du das tust, dann wirst du wirklich wahrlich effektiv sein. Wenn du herausfinden willst, wie du als Mann in die Umsetzung kommst und herausfindest, was du wirklich von Herzen willst und nur noch Menschen in deinem Leben ziehst, die wirklich dir und deine Werte entsprechen, dann klicke auf den Link unter diesem Video und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Wenn du Fragen haben sollst, Champ, runter in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Let's fucking go. Action. Vorwärts. Power.